Willkommen zum ersten Eindruck von Arizona Sunshine Remake. Auf der Gamescom hatten wir die Möglichkeit, in das am 17. Oktober erscheinende Arizona Sunshine Remake reinzuschauen. Gespielt wurde das Spiel auf der Gamescom ausschließlich mit der Playstation VR 2, daher bezieht sich der Eindruck vor allem auf diese Version. Das Original erschien 2016, erst für den PC und später dann auch für die erste Playstation VR und noch viel später auf den Standalone Geräten. Nessie und ich hatten damals sehr viel Spaß im Koop-Modus auf der Playstation VR 1. Vor allem grafisch ist das Original natürlich schon ganz schön in die Jahre gekommen, weshalb die Jungs von Vertigo Games sich das Original geschnappt haben, um es für die aktuellen Headsets von Grund auf neu zu entwickeln. Splendiert haben sie dem Spiel neben einer aktuellen Grafik auch neue Waffen und ein neues Verstümmelungs- und Gewaltsystem. Da ich den ersten Teil noch sehr gut in Erinnerung hatte, habe ich mich sofort zurechtgefunden. Natürlich könnt ihr jede Menge Optionen einstellen. Von flüssiger Drehung über Sitzmodus und Vignetten könnt ihr das Spiel an eure Bedürfnisse anpassen. Die Grafik ist von der Schärfe auf einem guten Niveau vergleichbar mit Arizona Sunshine 2. Die komplett überarbeitete Grafik fällt natürlich sofort auf. Die Umgebungen, die Zombies, Reflexion auf den Texturen, alles sieht wirklich sehr schick aus. Was mir leider auch aufgefallen ist und ich nicht so schick fand, ist, dass das Spiel eine Reprojection von 60 auf 120 Frames benutzt. Dadurch hast du immer diesen leichten Nachzieheffekt, vor allem wenn du dich flüssig drehst. Kein Beinbruch, aber ich würde mir wünschen, dass diese Reprojection nicht nötig wäre. Vielleicht ja dann auf der Playstation 5 Pro. Ansonsten sah das Spiel aber wirklich sehr cool aus und das spritzende Blut kommt auf der Playstation VR 2 natürlich besonders gut rüber. Das Nachladen und Schießen fühlte sich sofort vertraut an und ging mir gleich gut von der Hand wie beim zweiten Teil. Die deutsche Version von Arizona Sunshine hat ja vor allem durch ihren Synchronsprecher einen Kultstatus in der VR-Community erreicht. Wie wenn man von den Bastards spricht. Daher freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass eben diese kultige deutsche Sprachausgabe auch Teil des Remakes sein wird. Ich habe wirklich viel Spaß. Das war nämlich eine meiner ersten Fragen an den Entwickler, der uns bestätigte, dass sie aufgrund der vielen Anfragen die Original-Samples der deutschen Version eingebaut haben. Sehr cool. Nein, warte. Ich sollte dieses Radio untersuchen. Irgendwer sendet was. Aber von wo? Das Remake ist eine gelungene Neuauflage des mittlerweile 8 Jahre alten Originalspiels und lässt euch die komplette Story auf dem aktuellen System neu erleben. Inklusive 2er Koop-Modus, 4er Horde-Modus und allen DLCs, die es für das Original gab. Wenn ihr die Original-Version besitzt, könnt ihr für 9,99€ auf das Remake upgraden, was ich mehr als fair finde. Ansonsten kostet euch das Spiel 29,99€ bzw. 10% weniger als Playstation Plus Mitglied. Wir freuen uns jedenfalls auf das Remake, vor allem es wieder im Koop-Modus zusammen durchzuspielen. Freut ihr euch auch auf das Remake? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch das komplette Gameplay von meiner Anspiel-Session auf der Gamescom. Viel Spaß damit und vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, da sind wir. Ich war schon ein bisschen schuldig. So wass up, Leute? Ihr wisst die Regeln, doch. Don't get too close. Hey, don't get too clo- Guys, was habe ich gerade gesagt? Don't. Get. Too. Close. Long live. Hiç. Ja. Passtert. Non das. Zeig., nein. Neas. Seel. 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 Oh, da ist die Brücke. 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 Vielen Dank. Oh, no. Fred once again brought all his friends. Maybe I can get around here. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020